Er spricht. Nation des FC Bayern aus München, jeden Tag die besten Nachrichten. Einfach unseren Kanal abonnieren und die Benachrichtigungsglocke aktivieren. Hinterlassen Sie bereits Ihr Like. Das Fehlen von Thomas Müller ist ein Mysterium, das hat niemand vom Star des FC Bayern erwartet. Sehen Sie seine Zukunft bis zum Ende dieses Videos. Gänsehaut. München, es ist wirklich keine einfache Woche. Für Thomas Müller. Das Bayern-Urgestein ist es gewohnt, viel und immer zu spielen. Aber was passiert mit Müller? Nagelsmann gibt ein Update zur Müllers Verletzung. Zunächst muss der Müller wegen einer Corona-Infektion durch. Dann kam eine Erkältung, Muskelprobleme, Magen-Darm-Grippe und jetzt Hüftprobleme. Nur eine Frage von Tagen oder etwas Größeres. Hallo Fans, verpasst keine Neuigkeiten vom FC. Beer. Also unbedingt abonnieren und die Benachrichtigungsglocke aktivieren. Lass dein Like da. Müller nach Hertha-Spiel zurück? Allerdings deuten Nagelsmanns Aussagen darauf hin, dass Müller nicht nur gegen Inter, sondern auch für das Bundesliga-Spiel gegen Hertha BSC am kommenden Wochenende ausfallen wird. Sein Trainer Julian Nagelsmann stimmte vor dem Champions-League-Duell gegen Inter Mailand. In ähnlichen Tönen zu, bei Müller werden wir sehen, wie es am Wochenende läuft, die Nation kann heute Nacht in Frieden schlafen gehen, drängte der blonde Junge. Die Aussagen zeigen aber auch, dass die Bayern nicht sicher sind, wann Müller auf den Platz zurückkehrt. Und die Uhr dickt. Die WM beginnt in drei Wochen. Müller selbst hatte nach dem Mainz-Spiel bei Sport 1 betont, dass die WM nicht in Gefahr sei.